Hallo zusammen, ich bin die Ferdin für den Säbelrassler. In unserem heutigen Video zeigen wir euch den Schlagdrill 1. Das ist eine Partnerübung. Der Schlagdrill 1 ist analog zum Schlagablauf. Das machen wir jetzt als Zweite. So lernt man das Ganze gleich und gleich noch kurz wenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Schlagablauf- und Schlagdrill ist eine ganz gute Geschichte, um schnell vorwärts zu kommen, damit die Schläge und die Schrittarbeit einigermassen vernünftig koordiniert sein kann. Es braucht aber viel Glück. Also, bleiben dran und machen es gut. Und dann werden wir die Schlagze. Vielen Dank.